An Essen und Trinken fehlte es nicht. Es war für alles gesorgt. Wir hatten in unseren Coupé mehrere Flaschen guten Rotwein, Flasche Nordhäuser und Bier in Hülle und Fülle. Auch an Zigarren fehlte es nicht, denn ich hatte wenigstens 25 Stück bekommen. Schon in Dresden hatte ich so viel Murren, dass ich sie weggeworfen habe. Nur ein Bouquet behalte ich, weil ich es von einer sehr hübschen jungen Dame in Dresden erhalten habe. Es besteht aus Rosen und Vergissmeinicht. Ein anderes dergleichen bekam ich von einem anderen hübschen Fräulein in Ronneburg. Die anderen wenigstens ein Dutzend habe ich im Coupé gelassen und wieder an Mädchen verteilt.